Es ist ein Prank! Ich habe mal ein paar Fragen gemacht! Und hi an meine Zuschauer! Ja, wir, wie ihr es schon gehört habt, wir sind, oder wie ihr es gesehen habt, wir sind, gesehen habt, was kann ich kein Deutsch mehr! Ich kann kein Deutsch mehr! Ich weiß nicht, ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Wow! Also, wir haben gerade zur Zeit Internet-Lex, zumindest ich, ziemlich starker. Ja, weil wir halt gerade die... Also, wir haben jetzt gerade den zweiten, also, heute ist Mittwoch. Und laden gerade die Folge hoch für gestern. Also, die erste Folge? Das Video war es jetzt, ja, die erste Folge. Ja. Und ja, die Folge, die ihr jetzt seht, von mir aus, ist die zweite. Und von mir aus. Bei mir auch. Ja. Wann kommt deine erste raus? Heute. Also, halt. Achso, meine auch. Gestern. Sagen wir so, gestern. Die kommt ja jetzt für mich morgen raus, und für euch, ja, kommen die ja heute. Also, kompliziert. Ja. Ich hab mal ein paar Fraken gemacht und so. Und ich bin auch für 37. Ja. Ja. Ja, fünf Eisen, erst aber auch fünf Eisen. Und ja, wenn man einfach... Ach, schon ein bisschen Kohle für mich, oder so? Ja, klar. Komma. Und ja, wenn man einfach nur ne... Okay. ...und ja, wenn man einfach nur ne... Also, ja, chillige Folge. Ich kann aber ein bisschen länger gehen, wie nachdem, mal schauen. Wie lange nehmen wir schon mal auf ungefähr? Zwei, vier Minuten, oder? Hm? Wie lange nehmen wir ungefähr schon mal auf? Ich weiß, ich weiß nicht genau, also, bei mir wird's nicht angezeigt. Bei mir zeigt's nur an. Also, ich glaube, dass ich aufnehmen, oder in 2018 P? So 30 Minuten, oder hier, oder? Nur, ich... Nur, ich... Nur, ich... Schadeguck. Mhm. Wir werden die Blöcke immer hin- und zurückgepackt wegen dem Internet, Alter. Lol. Bei uns, bei uns in der Farm, wo wir waren, ist ein Zombie-Villager gewesen. Echt jetzt? Gewesen. Ja, gewesen, der ist verbrannt. Einfach in unserer Base war einfach mal so ein Zombie-Villager, alles klar. Würde ich sagen. Obwohl, das war eigentlich eine ziemlich behinderte Idee, was ich gerade gemacht habe. Aber egal. Okay. Ja, ich sollte mal ein bisschen... Ja, komm. Okay. Okay. Okay, kannst du da sehen, aber... So. So. So, ja, der... Wer... Okay, ich bin das auf dem Elfen. Okay. Okay. Kleine Frage, wen sollen wir als erstes denn rein tun? Könnt ihr ja mal entscheiden, also aus unseren Kreisen kommt, wenn ihn jemand kennt. Wahrscheinlich nicht wirklich. CGLP? Oder wie der heißt, so Tourist CGLP oder so? CGLP. Ich weiß nicht. Okay. Der... Cracker Munchie ist gerade im Urlaub. Leider. Bis Samstag noch. Richtig schade. Aber der kommt auch noch hinzu. Zum Glück nur bis Samstag. Aber der kommt auch noch hinzu. Ja, der kommt auf jeden Fall hinzu. Und... Ja. Wer noch? Also, halt aus unseren Kreisen keine... nicht weitere YouTuber, sondern halt einfach nur Freunde und Bekannte oder so halt von uns. Mit denen wir zu tun haben. Mach einfach hier mal so rein. Also, die Lava, die wird immer lauter irgendwie. Ja, gell? Ich hab Schiss, dass ich gleich in Lava fahr. Wie in Varo war ich das eine. Ja, aber... Also, wir haben ja gestreamt. Oder ich hab gestreamt, sondern... bin fast schon in Lava halt reingefallen. Und hier ist Redstone. Ja. 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 Also, hier ist gleich Lava in der Nähe. Traurig, wenn ich Redstone... Das hört uns zwar schon ab. Ja, nun mal schon. Ich hab endlich Eisen bekommen. Okay. Ich... Also, ich seh glaub, Zombies oder so. Doch, Labi Mod. Weil ich hab grad Labi Mod drin, dass ich einen Shader benutzen kann. Und ja... Ich brauch mich mal einfach zu... Ich hab ne Höhle gefunden. Lol. Ne Schlucht. Nice. Wo? Lol. 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 Alles in Creeper. Hier. Nice. Oh fuck, 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 fuck. Wow. Abbau meiner. Hier ist nochmal voll. Jetzt darf ich halt keine... zu krassen Internet-Lex haben, sonst falle ich... oder werde ich irgendwie halt reingepackt halt in das... in die Lava. Und das will ich nicht. Ähm... Soll ich die Goldenen-Maler mitnehmen oder? Ich nehm mal die Goldenen-Maler mit. Oh, hier ist Redstone. Oh, hier ist da irgendwie... Guck mal. Hier ist Redstone-Eisen. Ich hab mal acht Öfen. Ach du bist da oben. Okay. Ähm... Ich mach mal da an unserem Gang oder so. So... Wo bist du überhaupt da? Du bist da. Ich pläst mal hier Öfen hin. Mach mal. Hier. Und dann... Ja. So... Ich hoffe, dass ich nicht in Lava voll weichen. Wir haben nicht mal einen Wassereilm oder so. Aber da hinten ist Wasser, aber das sind noch Skelette und so. Lass das Gold einfach drin. Das müssen wir nicht mit rausnehmen. Das sind wir erst am Schluss raus. Hätte ich gesagt. Okay. Ähm... Ich will hier noch eine Verbrennchen. Ich weiß es nicht genau. Was? Ich hab jetzt richtig... Du hast keine Ahnung. Ich rede irgendwas. Ähm... Ich stehe mal hier hoch und hoch und hoch. Ich hoffe jetzt... Ich hab jetzt richtig... Das Wasser. Dann... Hier ein. Und dann können wir... Ähm... Okay. Ja. Das hatte ich vorher auch vor. So. Ich nehme mal einen Lava-Eimer mit. Einfach so mal. YOLO. Und ich habe aufpassen. Ähm... Hier oben ist noch Eisen. Gold. Das ist Gold drin. Da ist Eisen. Kann man es dann äh... Gleich Eisen muss schon hier machen oder? Er ist oben. Ähm... Ja. Würde ich halt sagen. Okay. Gold hab ich noch mal. Oh. Wie ist alles hier weg? Okay. Ich hab so Schiss. Einfach grad. Dass ich irgendwie ein Lava fall. Ja. Es hat alles an dieren. Aber... Ich sag jetzt mal... Bei Quark. Ja. In normalen ist es... Einfach ruhig immer so. Boah. Ich hab richtig viel... Ich hab richtig viel... Aber... Da ist noch Gold. Oh. Sorry für den Lack. Puh. Da ist Lapis. Da ist noch Eisen. Leider. Keine Dias. Ah. Da ist noch Schleski. Nice. Oh. Shit. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh. Shit. Nein noch nicht. Aber... Nein. Ich bin in Lava. Ich bin in Lava. Ich bin tot. Ich hatte nicht wirklich was. Da war halt einfach ein Skelett. Und das hat einfach angefangen mich abzuschießen. Wegen nix und wieder nix. Ich war einfach zu nah an dem. Ich hab's nicht beachtet. Ähm. Tu einfach alles mal die Truhe. Puh. Meine Sache ist verbrannt. Ich hatte... Ja. Warte mal. Ich hatte... Ich hatte im Lava... Ich mach mir keine Rüstung. Ich mach mir keine Rüstung. Ich hatte zwei Eimer dabei halt. Ja okay. Also ich wollte es Wasser holen. Ähm. Aber ich hatte zwei Eimer halt nur dabei. Ähm. Wir machen das so. Oh. Drexel Crip. Wir machen das jetzt so okay. Michi. Mhm. Wir machen uns jetzt hier unten keine Rüstung. erst wenn wir wieder oben sind. Würde ich auch sagen. Aber guck ich hab zum Glück da ne Truhe gehabt. Oh gut du hast alles weg gemacht. Gut. Ja meine Sachen sind wahrscheinlich... Achtung hinter die sind halt immer noch die zwei Creeper. Alter halt. Warte ich mach mir kurz ein Schwert okay. Ah ich hatte halt Holz das ist nicht wirklich was. Das ist kein Creeper und ein Skelett. Alles klar. Oha die mich im... die hab mich gepustet. Alles klar. Die hohe. Meine Schwäche halt. Ähm. Kannst du ein Ladekabel mitbringen wenn du hoch gehst? Ähm. Ich geh von hinten drauf. Okay. Hast du die beide? Ich hab... Hast du die beide? Ich hab den äh... Ich hab den Creeper auch. Also ich hab beide Sachen. Okay nice. Da ist... Da ist... Machst du das rein? Ach Mist ich hab keine Spitzhacke. Hast du eine Spitzhacke für mich? Ja aber nur eine Zahl nur für mich. Ach Mist. Ja dann schwimm ich kurz zurück und dann hol ich mir oder crafte ich mir kurz eine. Ein Junge. Aber ich würd's vorschlagen so... Weißt du jetzt mit dem Wiedereinstieg ist irgendwie ja schon scheiße. Wie wärs wenn wir einfach so Wiedereinstieg auch so einen Tag oder so Aufnahmedauer verbieten oder so? Nein. Das ist ja nicht... Das ist ja nicht scheiße. Wohl nee stimmt. Bei den... Ja das bei denen... Ich sag jetzt mal... Bei dem Wiedereinstieg nicht so aber... Das ist ja nicht ein bisschen krott. Oder? Ja stimmt. Ich guck jetzt mal hier in die zweite Etage und sag jetzt mal. Okay. Also ich glaub also für einen Goldapfel reicht's auf jeden Fall nun mal schon. Jetzt... Das Holz lege ich lieber zurück. Nicht dass ich dann auch noch verreck... Das könnte ich gebrauchen eigentlich nicht wirklich was. Doch ein Eimer. Zwei am besten. So. Bei dem hab ich auch noch bis mal essen. Richtig nice, nicer. Dieses Wort also. Nicer, nicer. Nicer, nicer. Aber ich hatte halt... 23 Steaks. Und halt... Schweine... Hübchen... Keine Ahnung. Wie man das nennt einfach. Da kann man jetzt rumflennen oder... Auch weiter Steaks tuchen. Bei uns gibt's ja das jetzt so viele Tiere. Aber wir müssen die Tiere jetzt nicht alle töten, sondern noch einmal Dingen. Ja, wir tun am besten ne Farm machen oder so. Ja, genau, das mein ich. Aber wenn jetzt alle Kälte, dann gibt's keine mehr. Stimmt, das war ne richtig kacke Idee von mir vorher. Naja, aber eben schon am Anfang. Das ist ja noch okay. Ja, okay. Ja, okay. Na, die meisten ja auch. Okay, also hier habe ich alles abgesucht nach Eisen und so. Also auf jeden Fall können wir uns wohl einen machen. Okay. Gut. Ich gehe jetzt hier mal weiter. Sie hinten hat's nicht mehr wirklich was halt. Ja, da warst du auch schon. Hier geht's nicht mehr. Ähm, könntest du mir kurz essen oder das so runterschmeißen? Ähm, hier geht's auch nix mehr mit ihm. So krass ist die Schluckglocke gar nicht. Ich kann mir runter. Okay. Ähm. Meine Maus hört man vielleicht auch. So. So. Gut, ähm. So. Ähm. Ich hab schon mal 30, oder ja, fast 30. Lapis und Redstone. Brauchen wir das eigentlich? Hm. Ähm. Eigentlich ja nicht wirklich. Glaub ich jetzt nicht. Aber mega. Tun uns einfach mal dazu. Aber Gunpowder brauchen wir. Hehehehe. Sitz. Kuli Muli. das bauen wir nicht so was bricht noch nicht